Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Läusl und euer Baba. Wir sind ja nach wie vor beim Schimpfen und Fluchen, heute ist der letzte Teil, heute wird quasi die Meisterprüfung abgelegt. Ja, ich bin schon ziemlich aufgeregt. Wir Bayern sagen Moaster. Moaster. Ja. Moasterprüfung. Ja. Also, wir machen jetzt so, als ob wir in der Wirtschaft sitzen und der Baba riecht mich blöd. Sag einmal was blöd. Der blöde Hund, blöde Hundbläder. So, und jetzt ich, als echter Bayer, würde so antworten. Also, passt auf. Ja, du angesagter Bauernschädelverrückter, Kreuzsacke Zement aller Staunen, was glaubst denn du, wer du bist? Kreuz, Birnbaum, Gscherder, Hame, Bläder, Depp, Blädi, du Krautbegatz, Fitschgemantel, kannst mich doch nicht so saublet von der Seite anrehen. Du bist doch Stirnhagel voll, du Hundskrippe, Blutsakra. Ruck mal zusammen, da legst du mich frei am Arsch, du Kniebiesler. Du Saubreiz, du Damischer. Dir stopfe ich gleich die saftigen Krautwegerl in der Gfriesenei. Du Rotslefe, heut's mein Hundskugel, verreckte, du Bläder, Depp, du Bläder. Also, das ist ein verdammt langer Fluch und ich habe nur Birnbaum verstanden. Ja, das ist ein bisschen sehr wenig. Hat sich das freundlich angehört? Nein, freundlich hat sich das nicht angehört. Also, so schimpfen wir Bayern. Wenn's ihr uns irgendwo beleidigt, so in der Art kommt es zurück. Aber das war so lang. Kreuz, Birnbaum, Hollerstauden. Schimpfer und Flucher ist wichtig für uns Bayern. Kniebiesler. Ja, schon. Ich hab mir extra für die Meisterprüfung, weil der Papa ist ja preis, das darf man nicht vergessen. Also, ich brauch das nicht sagen. Kreuz, Birnbaum, Hollerbusch und Kniebiesler. Bei dir steigst du doch jetzt schon aus, wenn du sagen musst, du angesorgter Bauernschädel, verreckter. Du angesengt, du angesorgter. Du angesorgter. Ah, das weiß ich. Du angesorgter. Du angesorgter. Ja, ja. Du angesorgter. Ja, Bauernschädel. Aber das ist ja jetzt auch nicht das, was du lernen sollst für die Meisterprüfung. Und das können die meisten nicht. Das kann nur ein gebürtiger Bayern. Ach, Gott sei Dank. Und was soll ich denn sagen? Ja, für dich machen wir jetzt einen sehr einfachen Fluch. So, und zwar, du sagst jetzt. Himmi, Herrgott, sakratze Minze fix. Lujas Jogi, mich legst am Arsch. Scheiß Klumpf, verreckt's. Also, ich konnte mir das nicht merken. Also, Himmi, Herrgott. Himmel, Herrgott. Himmi. Himmi. Himmi, Herrgott. Himmi, Herrgott. Sakratze Minze fix. Se fix. Lujas Jogi. Lujas Jogi. Mi legst am Arsch. Mi legst am Arsch. Scheiß Klumpf, verreckt's. Scheiß Klumpf, verreckt's. So, und jetzt schnell und zusammenhängen. Wie? Also, jetzt wiederholen noch, weil schnell und zusammenhängen. Kreuz, Herr, Herrgott. Nein. Von Kreuz hat keiner was gesagt bei dir. Also, nur mal. Herrgott, Herrgott, sakramenze. Nein. Also, ich sag's nur mal. Himmi, Herrgott. Sakratze Minze fix. Lujas Jogi. Mi legst am Arsch. Mi legst am Arsch. Mi legst am Arsch, verreckt's Klumpf. Scheiß Klumpf, verreckt's. Scheiß Klumpf, verreckt's. Das war doch noch gar nicht so schlecht. Ja, also. Also, nur mal. Gut. Nur mal. Ja. Herr, Himmel, Herrgott, sakramenze fix. Lujas Jogi, du verrecktest Klumpf. Mi legst am Arsch. Mi legst am Arsch. Mi legst. Mi legst. Legst, ja, legst. Mi legst am Arsch. Saublödes Klumpf, verreckt's. Scheiß Klumpf, verreckt's. Scheiß Klumpf, du kratze fix. Sag mal, kann das sein, dass du ein bisschen aggressiv wärst? Gar nicht. Gar nicht. Du, ich mein schon. Ich mein nicht. Du, ich mein schon. Ich mein nicht. Da meinst du gut und nachher blärst du mir, oder? Ich blär dich gar nicht an. Ze fixe mal. Ja, sag mal. Himmel, Herrgott, sakramenze fixe. Sag mal, du Hohnskrippe, du Kreisiger, du Zipfelklatscher. Ja, jetzt sag ich dir gleich einmal was. Schimpfer und Flucher, das ist wirklich sehr gut für die Freundschaft und für den inneren Frieden. Na ja, ich weiß ja nichts. Ja, also dann. Ich wünsch euch viel Spaß beim Schimpfen und Fluchen. Ich und der Papa, wir müssen jetzt noch weitermachen. Und dann bis bald. Servus, euer Leute. Und euer Papa. Du saubereist du Kreisiger, ich hatte viel Zeit.